und wir sollten mal wieder ein bisschen schneller gehen ich glaube ein schild hätte aber ohne klaus roter ist normal was ist das und wir können was knacken oder öffnen bloß ein werkzeug bloß ein werkzeug schön wir wissen trotzdem hier was abfangen soll weil die figur halt in der beta hier nicht gibt es beziehungsweise wir sie nicht vorwenden können der uns unsere kleinen waffen verbessert und wie kann ich auch nicht mit anderen spielen oder kartegruppenverwaltung die zu hagen ja schön spielersuche einsatz keine spiele unterwegs oder wird komisch komisch ja versuchen wir den halt wieder klein zu kriegen ich will den schaffen kommen der muss doch irgendetwas tutet haben so hier war man ja schon da wir müssen ja darüber wir müssen ja warum latschen und wir laufen warum sie nicht aus nein leider nicht so aus welch ich habe so schön was hast du so junge bist du ich kaufe mir ich höre ihn ich habe so großartig gehört was glaubst du woher der virus stammt meine hüte ach nein meine fresse so gleich habe ich renn du sauch so dass wir schön wir haben ihn erwischt oh mein gott ich kann es kaum glauben so ja bitte gerne so verminder betrogen rüstung 21 22 kritisiert treffer ja trotzdem fertig jetzt wir sind wieder neu aus rüstung okay brandgeschoss bitte einmal wieso kann ich nicht wieso kann ich kein brandgeschoss nehmen hm nein ach das ist dann bestimmt das ist dann bestimmt hier so ein motto oder wie sie so weit stimmt so hier ist etwas und wir haben wir haben auch kontaminierte vorräte entdeckt warnung betreten eines kontaminierten gebiets ja 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 wir gehen da schon raus kontaminationsscan eingeleitet verlassen des kontaminierten gebiets wir müssen aber da hoch ganz fix aufschließen so ganz schnell wo müssen wir denn hier hin jungs kontaminationsscan eingeleitet kontaminationsscan eingeleitet ach ok ich muss die virenbehälter suchen jetzt kapierig sie betreten jetzt kontaminiertes gebiet hier wieso in 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 dann wieder ein drunter aber es wackelt angeleitet ganz schnell raus wir müssen hoch so wohin denn noch in den tage hoch wir müssen raus zeigt doch wir müssen raus achtet ist eine zeitmission oh mein gott wie ich zeitdinger sie verlassen jetzt das kontaminierte gebiet ja wie sich merken und die misch den verkack eiern da hoch soll ich wieso wer denn da ey voll mir war echt mal kackei ne da hoch ok dafür bin zu blöd tut mir leid weil da müssen wir über dach rennen schaffe ich die kasse zeitspiele wie die pest und erst mal dazu so sterbe auch schön einsatz belohnung händler nein schädig officer ok dann gibt es hier erstmal nicht mehr einsatz doch es gibt es doch mehr du bist hund böser hund mach schön platt wir rennen mal wieder kilometerweit und hoffen dass wir keine doofe zeitmission haben oh schön hier steht auch zu tropfen welches level das ist oder für welche level das sind da ist es praktisch zwischen drei und fünf 0,8 kilometer befinden sich dazu ich glaube wir gehen gerade in den dark zone rein streitet euch doch nicht streiten wo ist sein ich habe auf keinen fall ich habe auf keinen fall okay machen wir einmal in den dark zone und dann haben wir eigentlich schon alles von dem beta erreicht bist du böse nein du bist anders kämpf ich mal ausprobieren aussehen geht ja bitte jetzt haben wir die schon und nachladen haben wir da war okay ich habe bloß lieber äh so rüber so rüber und freund da kommen runter da auch jungen 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 moment was bezwecken sie damit ich bin da bin da drin hä wieso kann ich das nicht öffnen ich verstehe es nicht aber in ordnung vielleicht wohl ein bergzeug oder so dafür wenn das ein witz sein soll wenn das ein witz sein soll wenn das ein witz sein soll So, nächster. Komm. So. Noch jemand? Nein. So, jetzt hätten wir wieder einen Schalldämpfer. Jetzt machen wir die nach. Und wir gehen weiter. Wir gehen tatsächlich in der Dachshundruhe. Oh Gott, ich wäre sowas von verrecken. Fadenbrauchshilfe. Nur die Ruhe. Und? Ganz böse. Ah. Nicht in meine Stadt. Da will er hier auf den Brunnen scheißen. So, du wirst ein bisschen fruchtig. Gibt's auch nicht. Wir werden nicht geknoten. Checkpoint entdeckt. Checkpoint für was? Warnung, Warnung. Außerhalb der Beta-Zone. Zurückkehren. Okay. Warnung, Warnung. Außerhalb der Beta-Zone. Die Dark Zone ist abgeschottet und das aus gutem Grund. Dort hat die Infektion am heftigsten zugeschlagen. So sehr, dass weder wir, noch das LMB, noch irgendwer sie aufhalten konnte. Jetzt ist es ein Niemandsland voller Menschen, die das Virus nutzen wollen, um den Fraktionen zu entkommen. Und was hinter diesen Mauern geschieht, nun? Wenig davon. So, ab in den Dark Zone. Hey, wenn sie das nicht mitnehmen, sind sie tot. Hm, auf Moin zu nehmen. Warnung, Bio-Gefährdung. Bach. Passen Sie auf sich auf. Denken Sie daran. Übertragung gestört. Empfang nur im Nahbereich möglich. Backup aktiviert. System neu gebootet. Vorsicht, Sie betreten die Dark Zone. Na komm, Mädel. Wohin? Tag. Okay. Ein Kamikaze-Karpfen. Hab ich auch noch nie gesehen. Es gibt einen Kamikaze-Karpfen. Wusst ich noch nicht, aber man lernt immer wieder dazu. So, hier ist der Abholpunkt, wenn wir mal was gefunden haben. Und jetzt müssen wir bloß noch was finden. So, der Kamikaze-Karpfen ist nicht mehr da. Zu lange trockener gewesen. Und wieder außerhalb der Beta ohne. So, wie wir sehen, sehen wir nichts. Aber das, was. Aber das, was. Verseucht. Wir haben auch immer irgendwas gehört, aber woher ist, witzig nie und werdet ist, witzig ohne. Woher? Oh, Gott, Junge. Oh. Oh! Ah, wo bist du? So, wer hält die Neue? So, zwei Darksohn-Währung. Hm. Hm. Wofür Darksohn-Währung ist, weiß ich noch nicht. Okay. Was hätten wir denn hier? Ah, auf der Tagsohn-Rang Level 5. Okay, also wir haben hier zwei Rang-Systeme. Sehr interessant. Wir haben aber eine Schutzweste. Äh... Der Verdruck. Oh, ne. Bereitschaftsweste. Weckt vor, benutzen, jagen. Okay. Jagen wir doch mal. So, mal gucken, ob wir es schaffen oder ob wir kläumeniselt werden von Jürgen Hansel. Wenn ja, dann kann ich sie schon mal frisch machen. Oh, hier, Langfahrt. Und Bingo, Bergungsschone. Hey, komm für's. Oh, Gott. Will so. scream auf deinem Anflug! Sie lösen Ihre Zugehörigkeit zu Dippischen. Dadurch werden Sie als Abtrünniger markiert. Na, na. Ich gebe mal lieber auf. Über zu. Doof. Jut, das wär's denn. Oh Gott. Oh Gott. Und die beklauen wir jetzt. So. Na ja. Na, noch treiben wir können. Äh, fölf. Äh, fölf. So. Sie werden jetzt auch noch beballert. Und, na komm ich mal wieder. Neuschart. Check. Nein. So. Dieses Zeug ist nicht zugelassen, aber reitet Ihnen den Arsch. Coole Sache. Ich kann warten, wir werden uns schon einig. Okay, das war's dann, äh, Beta. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe das Zeug, das Ihnen das Leben rettet. Ja, ja. Und ich habe euch einen kleinen Eindruck vermittelt. Mir macht's eigentlich relativ Spaß. Ähm, es gibt halt so viele Gegner. Äh, man kann halt nicht, denke ich mir mal, ich weiß nicht. Nee, einfach mal welche Treibungen dann sagen. Hallo, hier bin ich und ich will mitmachen. Äh, welches gibt's heute noch nie rausgefunden. Ansonsten finde ich jetzt ein Gericht tutti. Das denkt hier. Geiser Rettung. Okay, das machen wir noch. Äh, papapapa. So, machen wir ganz schnell die Geiser Rettung und Quatschen war dabei. Ähm, naja, wie gesagt, ähm, für Beta ganz gut. Ich habe mir Videos für die Alpha angekickt. Da war ein bisschen mehr Auswahl, konnte man ein bisschen mehr machen. So viel wie ich da gesehen habe. Also hat man gleich einen Scharfschütze, wie wir gehabt haben. Ich bin halt ein Scharfschütze. Und hier ist, naja, bisschen wenig, selbst für ein Beta. Wer ist dann noch motiv. Oh! 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 Ganzig. Dann holen Sie das drama. Nicht. Oh, geil, wer rettet, ne? Oh, oh. Ja. Oh, der hat nen Flammenwerfer. So, jetzt hat's ja ausgezündelt. Heilige. Tioff. Dach. Schlüssel. Ich überreiche. Oh, oh, oh. Wir haben mich eingesperrt. Irgendwo muss ein Schlüssel liegen. Das hilft es jetzt. Zivilisten sind ja nicht sicher. Vielen Dank. Das war schrecklich. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Doppelläufe Schrotfenster, total Müller. Okay. So, wie schon gesagt, beide Beta. Ich hoffe, es habt euch gefallen. Und hiermit mache ich dann erstmal Schluss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und dann wenigstens mit der Vollversion. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. hen aplic cabinetidores.